zu spät sie sind tot ja ich leue auch wenn es weiter geht hier, ich brauche mehr Energie wie soll man das schafft, wie soll man das überleben ey, wie soll man das ausweichen, das geht gar nicht ist das alles was du drauf hast nein ey das gibt es doch gar nicht das ist doch nicht machbar ach verdammt nochmal du Mistding ey, reiß mir den Namen ich hab immer kurz vor Ende ey kitzst du mich immer ja ja ich kann ja ausweichen, das geht doch nicht das kann doch nicht wahr sein verdammt bist du hässlich wusste wusste, wusste, ich seh mich da nicht das ist er ja meine güte was ist denn was ist denn ooooh ey diese Waffe ist wie viel zu mächtig ey, man kann doch nicht ausweichen das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein da kann man ja nur eine Chance ausweichen wenn man hier unten unter ist ey oh man kann da nur hinterher laufen bumm bumm oder blutest du nur so farbine müssen wir wissen wo die sind diese waffen ja aber nicht mal hin dabei ist ist mein fall hat man schon verloren kann nicht wahr sein ich biete dir die welt ja ja ich will jetzt die welt das ist ja kein ding die kann ich ausweichen und zweitens ausweichen naja wenn ich ein bisschen besser mache sagt ich so meine ich dazu wie es mindest es ist voll schwierig da weist man wirklich ein 10 aus an der aber das haben wir natürlich jetzt haben wir uns natürlich so eingebrockt hat mich wieder zerlegt es ist unfassbar ich kann es nicht glauben man hat nur die chance ich habe jetzt überstehen wenn man entsprechend runter ist unter ihr hat man selbst haben immer noch getroffen das ist voll schwierig was kann man sagen was kann man machen was kann man nicht wahr sein man kann nur man kann die nur so erwischen man nur so entweichen aus ausweichen wenn ihr weg ist dann habe ich nicht ein problem dann wieder noch mal getan man kann darüber weg springen war interessant zu wissen das ist unfassbar das ist voll schwer ja da kann ich gar nichts machen das ist unfassbar das ist voll schwer ja das ist kein problem wenn ich dann direkt unter hier bin ist das kein problem ja aber das war nicht die es gibt es ja gar nicht das gibt es doch nicht er hat keine chance das regt mich auf ich habe ich glück gehabt ein bisschen wieder dran naja es reicht ja momentan auch leider nicht ja wenn man reichen würde ich jetzt sagen wenn ich mal wenn es mal reichen würde dann kann wirklich sagen ja für die reiz hier aber so leider nicht muss er auch da ist er ja ja look up komm schon so direkt munition munition erlöser was ist das weil die waffe heute mal gucken wo die scheiß wachen sind rotgewehr munition ja immerhin wenn man reichen würde ja das war stehen mit nein kann ich war sein der kampf ist voll ist es schwer hui da muss ich dran klammern hier sind drei folgen hier oder so oder vier folgen die welt und du wählst sie so wo ist er so ja man kann doch nicht wahr sein dass das so schwer ist so leicht und oh so waffen wochen wochen da hinten gut ouch wieder verzogen wo ist er da ist er ja da ist er ja ich würde ja gerne sagen wenn das erstmal für die reicht aber leider reicht es nicht wo ich krieg dir nicht klar vor allem das problem ist es ist halt so extrem weil du bei jeder weil du nur in der Mitte wieder anfangen musst äh du bist ein bisschen zu extrem finde ich halt verkrochen so du warst nur halb so stark oh hab überlebt hey oh oh man ballert sich da echt verrückt an die hey genau wie bei lazarus ey ja lass mich auch mal begrüßt ja ich weiß oh hab ich glück gehabt da muss doch mal was da muss doch mal klappen hier oh 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 Prozent ich muss hier erledigen meine bitte ich komme und auch nicht zum kommentieren leider weil ihr seht ja selber dafür ne üble Sache ist hier kommt näher und sterbt ja wieso habe ich das nicht überstanden ist das alles was du drauf hast komm ich sohn komm ich sohn ähh komm ich sohn nein nein das hab ich mich fast gedacht da kommt noch eine zu spät Jericho sie sind tot so so warum Munition komm ich noch viel vor uns war nicht grad viel oh oh komm ich sohn wo ist jetzt wo ist jetzt na endlich ich bin aber hässlich ich bin aber hässlich ich bin aber hässlich ich Zeit nach hause zu gehen der Fluch ist gewandt vergiss mich nicht wir haben sie erledigt wir haben toller erledigt und ich denke mal das war's mit Darkwatch ja das war's mit dem Spiel Darkwatch auf der mit dem guten Ende ja das Böseende meine ich habe mir überlegt wenn ich wahrscheinlich nicht mehr Bonusvideos machen das überlasse ich euch ihr könnt das Spiel kaufen und dann nochmal spielen und zwar auf Bilderseite ich meinte mir das oft mal angucken weil ich mache mir das ganze nochmal aber nur entsprechend auf ja ohne Aufnahme ich hoffe euch hat das gefallen das Let's Play war jetzt am Ende natürlich ziemlich lang der Ankämpf ist natürlich klar war jetzt ziemlich lang der Ankämpf hat sich sehr lange hingezogen aber war jetzt deutlich schwer war ziemlich schwierig am Ende aber das war jetzt eine Endsequenz dafür wir haben den Flug gebrochen wir sind wieder ein normaler Zugräuber und dürfen wieder Züge ausräumen und endlich mal wieder Geld sammeln jawoll ja das war's mit diesem Let's Play ich hoffe ihr hattet Spaß daran an diesem Projekt schreibt dann denkt an das Feedback falls es euch gefallen hat nämlich ja ihr wisst ja schreibt Feedback falls es euch nicht gefallen hat also jedenfalls Feedback und ohne Kritik wird nichts besser ja so siehts aus ja da aufgrund dass es kein Darkwatch 2 gibt ja war natürlich auch mit so einer ganzen Reihe hat mir eigentlich sehr gut gefallen das Spiel muss ich sagen äh genaueres Feedback gibt es entsprechend bei mir äh bei Deep News bei der nächsten da gehe ich im Projekt immer ein nochmal rückblickend und ja deswegen reihe ich hin deswegen mir hat's gefallen war ein ganz gutes Spiel war natürlich nicht sehr gruselig wie gesagt ich gehe nochmal genau auf die Deep News drauf ein ja ansonsten wie gesagt es gibt keinen zweiten Teil deswegen falls ihr mich wegen den Spiel abonniert habt und kein anderes Projekt findet was euch interessiert wenn ihr wieder der abonnieren mich ist kein Problem ja heute das Video dieses Video dieses Spiel gucken ihr habt's getan und ja dann mit den Worten denke ich mal kann ich hier auch Schluss machen und lasst euch die Credits durchlaufen bis zum Ende und ja falls ihr noch dabei bleiben weil ich habe noch andere Projekte auf meinem Kanal falls ihr dabei bleibt ja viel Spaß bei anderen Videos bei anderen Projekten auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017